Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius. Heute gibt es den ersten Teil meines Multiplayer-Charakter-Tutorials, wenn man es so nennen will. Ich stelle euch heute einen meiner Lieblingscharaktere vor, und zwar den Experten. Ich werde jetzt versuchen, mal kurzfristig noch zwei, drei oder vielleicht alle Charaktere aus dem Multiplayer vorzustellen. Die Multiplayer-Charaktere unterscheiden sich insofern vom Singleplayer, dass hier einfach weniger Kräfte zur Auswahl stehen. Ihr könnt sehen, wir haben immer standardmäßig fünf Kräfte. Im Moment habe ich hier meine Expertin auf Stufe 19. Und hier können wir eigentlich sehen, Stase halte ich für die absolut stärkste Kraft, oder sagen wir mal besser so, für eine der stärksten und effektivsten Kräfte im Multiplayer. Kann man auch sehen, habe ich bis oben aufgelevelt. Ich habe mich dann für die Stase Blase entschieden, ganz lustiger Name, wie ich finde, der einfach den Gegner immer, ja, in der Blase gefangen hält. Das werden wir gleich ganz schön sehen. Das ist auch bei schwierigeren Gegnern unheimlich hilfreich. Dann habe ich hier ein bisschen noch Warp aufgelevelt. Und was ich fast immer mache, ist ganz einfach diese Grundfähigkeiten. Das ist hier zum Beispiel Azari Justicarion auch zu leveln. Wir können hier sehen, welche Module ich dafür benutzt habe. Ich habe hier nochmal Kraftschaden erhöht, hier auch nochmal den Waffenschadenbonus genutzt. Und bei Fitness level ich auch grundsätzlich immer bis oben hin auf. Und ich ziehe dann so für meine persönliche Spielweise meistens immer diesen Gesundheits- und Schildbonus vor, anstatt dem Nahkampfschadenbonus. Ja, also ich gehe nicht so häufig in den Nahkampf. Ich finde, das ist zwar hier optisch wirklich gut gelungen bei der Azari-Expertin, aber ja, nichtsdestotrotz, die Schilde sind mir ganz einfach wichtiger. Hier noch so eine Besonderheit, vielleicht bei meinem Spiel oder wie ich es halt spiele. Ich spiele fast grundsätzlich ohne Sniper, ohne Sturmgewehr. Die Maschinenpistolen finde ich, ich sage es jetzt mal leise, katastrophal. Ja, die verreißen so dermaßen nach oben die Teile. Also wenn ihr die nicht aufgelevelt habt, bis oben hin. Ganz, ganz schlimm finde ich die Shotguns. Kann man vielleicht spielen als Frontkämpfer oder je nachdem, wie eure Spielweise ist. Mein Ding ist es nicht. Und meine absolute Lieblingswaffe im Spiel, das werden wir auch bei den anderen Klassen häufiger sehen, ist hier die M6 Carnifex. Absolut Hammer Teil, muss ich sagen, mega viel Schaden. Wir können hier sehen, ich benutze halt einfach zwei Waffen-Mods da drauf, dass das Teil noch präziser ist. So, die Übersicht habe ich heute Morgen aufgenommen. Das Spiel, was ich euch zeige, ist einen Tag älter. Das stammt noch vom... nee, vom Donnerstag stammt das. Also das ist quasi zwei Tage alt. Da war hier meine Expertin auch noch nicht ganz aufgelevelt. Wir sehen, ich habe im Moment noch vier Punkte zu vergeben. Ich habe da noch gar nichts im Bereich Warp gemacht. Grundsätzlich, für eine Vorstellung reicht mir das aber jetzt vollkommen auf, weil mir ganz einfach, ja, diese Stase-Funktion dabei eigentlich das A und O meiner Expertin ist. Wir sehen hier nochmal, welche Verstärkungsmodule, welche Ausrüstung ich hier ausgewählt habe. Da hat man ja immer ein bisschen Zeugs über. Wenn ihr das drin habt, nutzt das ruhig. Seid ihr auf jeden Fall immer ein ganzes Stück fitter. So, los geht's. Eine Runde zu dritt auf Silber. Wir können sehen, ich habe wirklich nur eine Kraft dabei. Das ist jetzt Stase und ich habe nur eine Pistole dabei. Logo, Raketenwerfer habe ich auf dem Rücken hängen. Hat man ja eh immer genügend. Von über. Und jetzt sehen wir direkt, wie ich die Stase eigentlich immer einsetze. So, das ist so ein Standard-Gameplay von mir. Ich warte eigentlich jedes Mal hier unten. Stase werfen, Gegner ist eingefroren, zwei, dreimal draufschießen, weg ist der. So, und im Idealfall, oh, jetzt kam hier vorne schon einer. Im Idealfall laufen wirklich zwei, drei Leute in die Stase rein und sind sofort eingefroren. Und da hinten konnte man sehen, die laufen auch wirklich dann da durch. Ja, anscheinend sind die offensichtlich blind. Wenn irgendwo so eine Stase-Kugel oder eine Stase-Blase hängt, dann läuft da auch ganz gerne immer mal einer rein. Zum Thema, was man hier als Zweitkraft auswählen könnte. Ihr habt ja auch bei den Experten halt unterschiedliche Optionen. Und hier habe ich jetzt, glaube ich, im Moment, oder hätte ich Warp und Werfen. Ich habe mich dann persönlich für Warp entschieden. Hups, kleiner Leck im Spiel. Das ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Beim Werfen ist so eine Sache, Logo könnt ihr die dann zum Beispiel hier oben vom Rand schubsen. Ja, wenn die hier auf der Landefläche ankommen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ist das einfach nicht so mein Ding. Da gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten, die man da nutzen kann. So, ich mache direkt mal einen Sprung in Welle 5, glaube ich. Ja, Welle 5 ist es. Und, ja, das Gameplay ähnelt sich natürlich immer wieder. Man wird auch sehen, dass sich eigentlich immer das wieder standardmäßig angeht. Ich werfe als erstes die Stase, friere den Gegner damit ein und versuche den dann möglichst mit einem Headshot oder mit ein, zwei Schüssen zu töten. Und selbst wenn der Headshot nicht klappt, hier wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gewesen, der Gegner hängt noch in der Stase fest. Da hätte man jetzt zum Beispiel Warp hinterher werfen können. Das wäre in dem Fall zum Beispiel nützlich gewesen. Ich glaube, das zeige ich euch am Ende vom Video noch mal ganz kurz. Hier eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Schildträger lassen nämlich das Schild fallen. Jetzt konntet ihr ja vielleicht gerade sehen, die Nemesis hat sich dann so um die Ecke rumgedreht. Wollte mich quasi mit dem Snipe anvisieren. Friert in dem Moment ein. Also ich halte den oder die Expertin für eine der absolut besten Klassen, beziehungsweise ist auch eine Klasse, die einfach mega viele Punkte gibt, weil ihr wirklich einfach zum Beispiel bei diesen Schildträgern hier kein Problem habt. Ihr kommt unheimlich oft Headshots machen, weil sich eure Gegner einfach nicht mehr bewegen. Ja, Achtung, Headshot. Also ich meine, die Option hat man natürlich sonst eigentlich nicht. Und das besonders Gute daran ist, dass selbst eine Phantom in Verbindung mit Stase, Stase Blase heißt es ja hier, Stase und dieser schweren Pistole wirklich überhaupt keinen Gegner für euch darstellt. Also wenn die euch nicht in den Rücken springt, sondern gerade auf euch zukommt, könnt ihr die immer sofort mit Stase einfrieren und drei oder viermal in den Kopf schießen und das Ding ist sofort tot. Phantom Geschreie hin und her. Ja, kennt ihr das in der Robby? Phantom, Phantom! Das ist dann absolut Geschichte eigentlich. Also wenn ihr einen Experten dabei habt, beziehungsweise hier eine Expertin, die Stase weit aufgelevelt hat, dann ist eine Phantom einfach immer ruckzuck Geschichte. So, jetzt werde ich euch ansatzweise die nächste Runde auch noch mit im Video drin lassen. Welle 6, hacken Sie den Computer. Weil man da einfach ganz schön sehen kann, wie sich die Stase auch einsetzen lässt, um einen Weg zu blockieren. Ja, also im Moment befindet sich halt unser zu hackendes Sicherheitsterminal hier unten im Keller, sag ich immer dazu. Und in dem Moment, würden wir jetzt gleich sehen, ich werde die Stase da immer am Eingang platzieren. Typ lässt sofort Schild fallen. Und in dem Moment kommt da keiner mehr durch. Ja, also ich habe ja relativ schnelle Fähigkeiten. Das bedeutet, ich kann die Stase sehr, sehr schnell wieder aufleveln. Und darum auch immer wieder so ein Grund, warum ich meistens nur mit einer Waffe spiele, weil sich dann die Kräfte eben wesentlich schneller benutzen lassen. Und ich kann hier eigentlich alleine vollkommen diesen Eingang kontrollieren. Also jeder, der durch den Eingang durch will, läuft entweder in die Blase oder wenn ich die im Moment noch nicht hochgefahren habe, kann ich sie halt werfen und das Ding ist sofort durch. Also hier kann man, wenn man zwei Experten hätte, kann man hier zu zweit wirklich diese Base einfach halten. Einer unten Stase, einer oben Stase und das Ding ist wirklich absolut gegessen. Die einzigste Ausnahme, die ich vielleicht mal eingestehen muss, ist, Stase ist nicht sonderlich hilfreich, beziehungsweise eigentlich gar nicht hilfreich gegen Geschütze. Also würde Stase jetzt auch noch gegen Geschütze helfen, dann würde ich nie wieder eine andere Klasse spielen, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das so empfindet, ich muss auch sagen, ein Geschütz ist im Grunde genommen für mich der stärkste Gegner im Messeffekt. Also wenn ein Techniker ein Geschütz aufbaut, beziehungsweise die hinterher in so einer Gruppe irgendwo zwei, drei Geschütze aufgebaut haben, oh mein Gott. Also da ist hier so eine Nemesis oder so, die langweilen einen ja schon fast. Ja, Welle abgewehrt, dann gilt es jetzt ja eigentlich auch nur noch die letzten Minuten hier zu warten, bis das Shuttle kommt. Meistens auch kein großes Ding und ja, ich habe jetzt gerade nochmal ein Stückchen Gameplay drangehangen, wo wir auch da nochmal einen Kampf gegen eine Phantom sehen werden. Das ist mir aufgefallen, hier bei dem Gameplay gerade waren gar keine Phantoms dabei, hatten vielleicht Urlaub oder so. Kann man auch ganz schön sehen, man räumt hier wirklich ordentlich, ordentlich Punkte ab. Das liegt ganz einfach daran, dass natürlich auch ihr immer Punkte mitkassiert, wenn eure Mitspieler hier auf jemanden schießen, der in der Stase gefangen ist. Also Stase immer raushauen. Da sehen wir zum Beispiel Phantom, einfach hingegangen, abgeknallt, Ende. Da sehen wir jetzt auch nochmal Warp, Warp hinterher geworfen, 1270 Punkte gibt das. Meistens gibt es so eine Phantom zwischen, oh Headshot, zwischen 1200 und 1400 Punkten einfach. Die Stase ist auch eigentlich relativ hilfreich, wenn zum Beispiel mal ein Kollege gefallen ist. Also wenn der am Boden liegt und auf Hilfe wartet, dann werft einfach die Stase genau an diese Stelle und kein Gegner kann euren Mitspieler mehr niedertreten, ganz einfach. Also, wie gesagt, das eine meiner absoluten Multiplayer-Favorite-Klassen. Hier können wir nochmal sehen, wie ich eine Phantom nach der anderen erledige. Ohne große Schwierigkeiten. Vielleicht werde ich das gleiche auch nochmal oder sowas in der Art für den Singleplayer machen. Mal gucken, wie viel Zeit mir da noch bleibt und wie viele Videos ich einfach noch schaffe, bis das Spiel, also die Vollversion, bei mir in der Xbox liegt und es dann erst richtig rund geht. So, schon über 10 Minuten rum, so lang sollte das Ganze gar nicht werden. Und deshalb jetzt nur noch danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!